Guten Abend. Wenn ich hier auf Siebel ist, hat man auch Sand gebaut. Ey, der Busfahrer wird ja gar nicht auf die Straße. Du fetter Busfahrer. Warum kommen wir ja nicht auf Sie? Kann der mal scheiß erzählen? Das kann ja wohl nicht angehen. Ich hatte für eine Busfahrt und nicht für eine andere Fahrt getragen. Oh, danke schön. Einmal das ganz normale. Danke.